Tradition wird in vielen Ortschaften des Mürztals noch groß geschrieben. So auch in St. Bauer im Mürztal, wo am Vortag des 1. Mai Maibaume aufgestellt wurden. Bei musikalischen Umrahmung und Festansprachen wurde auch in der Veitsch ein Maibaum feierlich aufgestellt. Das Maibaumaufstieg gehört zur Tradition dazu bei uns in der Obersteiermark, generell in der Steiermark und in Österreich. Wir haben ja heute jetzt mit der Veitsch den dritten Maibaum zum Aufstellen. Zwar haben wir schon in Mitterdorf und in Wartberg, damit jeder Ortsteier einen hat, weil es einfach zum Ortstemperum dazu gehört. Tradition, Nachdenken über das, was die Menschen, die vor mehr als 100 Jahren aufgestanden sind, um für ihre Rechte zu kämpfen, erreicht haben. Und wie man es bewahren kann. Das ist unsere Aufgabe und noch ausbauen kann. Nach einem Fackelzug für Klein und Groß wurde noch spät bis in die Nacht gefeiert. Musik Musik Musik